Grüß euch, der Christian ist wieder. Wir haben ja schon einmal gemacht, Walzerbegleitung, Polkerbegleitung in der Volksmusikform. Und jetzt machen wir aber Walzerbegleitung in Obergrenner. In Obergrennerbegleitung, das ist wieder ein bisschen was anderes. Der Bass, der ist ja gleich, der bleibt gleich. Genau, und jetzt dann. Die sind lauter, genau, lauter Sechzehntel. Genau, habt ihr es gemerkt? Wir waren immer in der Grundstellung. Es sind immer Sechzehntel zum Spielen. Genau, schaut, dass du von dem Gelenk raussespielst. Vom Handgelenk, für den da dann. Dann seid ihr richtig da aufgestützt, das ist wie eine Achse. Und dann könnt ihr es richtig locker und schön dahin begleiten. Dann könnt ihr es stundenlang begleiten. Das ist die Obergrennerbegleitung gewesen in Walzer. Und jetzt freue ich mich schon auf das nächste Video, weil da zeige ich euch, wie man die Obergrennerbegleitung spielt in Polker. Vielen Dank, Inge Christian. die Obergrennerbegleitung. Sonst hat das ja auch örtetückt. Und jetzt geht es dir um die Obergrennerbegleitung. Aber dann ist es bei zwei sind.